Als würde jemand meinen Schädel mit einem Presslopfhammer bearbeiten. Bist du sicher, dass es hier ist? Das ist die Adresse aus dem Bericht. Gut. Okay. Dann mal los. Scheiße. Die heißesten Androiden der Stadt. Jetzt weiß ich, warum du unbedingt her wolltest. Oh, Mann. Willkommen im Ebenklapp. Connor! Was zur Hölle machst du da? Komm, Lieutenant. Hey, Ben, wie läuft's denn so? Es ist das Zimmer. Oh, ähm, übrigens, Gavin ist auch da. Oh, toll. Lieutenant Anderson und sein Plastikfreund. Was wollt ihr beide denn hier? Wir bearbeiten alle Fälle mit Androidenbeteiligung. Ach ja? Tja, ihr verschwendet eure Zeit. Nur ein Perverser, der mehr bekam, als für ihn gut war. Wir sehen uns trotzdem mal um, wenn's recht ist. Na los, geh'n wir. Aha. Irgendwie riecht's hier doch nach Alb. Nacht, Lieutenant. Oh, hey, 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 hey. Oh, Connor, das ist ekelhaft. Ich muss gleich nochmal kotzen. Soj, geh'n wir. �� Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der einzige Weg, um auf seinen Speicher zuzugreifen, ist, ihn zu reaktivieren Schaffst du das? Er ist schwer beschädigt Wenn es klappt, habe ich nur eine Minute, eher weniger Ich hoffe lange genug, um etwas erfahren zu können Ganz ruhig Es ist alles in Ordnung Wir wollen nur wissen, was passiert ist Ist er... Ist er tot? Hast du ihn getötet? Nein! Nein, ich war das nicht... Sag mir, was passiert ist Er fing an Mich zu schlagen Wieder Und wieder Ich flehte ihn an Du hörst mich auf... Wer hat den Mann getötet, wenn nicht du? Ich weiß nicht, ich war abgeschaltet Ich... Ich habe nichts gesehen Warst du allein im Raum? War noch irgendjemand bei dir? Er wollte zwei Mädchen haben Das wollte er Wir waren zu zweit Welches Modell war dieser Android? Sah er aus wie du? Da war noch ein Android Das ist vor mehr als einer Stunde passiert Der ist längst weg Nein In dem Aufzug konnte sie nicht unbemerkt nach draußen Sie könnte noch hier sein Würdest du merken, wenn von diesen Androiden hier einer ein Abweichler ist? Abweichler sind schwer zu erkennen Oh, scheiße Da muss es noch etwas geben Vielleicht ein Augenzeuge Jemand, der sie aus dem Zimmer kommen sah oder so Ich werde mal diesen Manager fragen, ob er was gesehen hat Wenn dir was einfällt, sag mir Bescheid Kannten sie das Opfer? Nein, ich meine er war zwei oder dreimal hier Ich meine, diese Typen reden nicht gerade viel, wissen Sie? Sie kommen, haben Spaß und gehen dann wieder? Ja, du glaubst mir schon Nein Gut Einmal Vor zwei bis drei Monaten war er weg Gleiches Modell Einfach weg Wir wissen nicht, was passiert ist Sie haben nichts zu verlieren Überwachungskamera Nein Auf keinen Fall Ich meine Deshalb kommen die Leute hier an den Eden-Club Diskretion Niemand weiß, wer hier ein- und ausgeht Ja, natürlich Die Geschäfte laufen gut, stimmt's? Ja Kann ich glauben Das Guthammer drüben ist Sie sind zu allem bereit Man holt sich bei ihnen nichts unter Sie schweigen wie ein Grab Da lässt man die Sau raus Tja Ja, je mehr ich über Menschen weiß, desto mehr mag ich meinen Horns Dieser Clubmanager ist echt eine Nervensäge Hat mir Ewigkeiten das Ohr abgekaut wegen seiner Lizenz Was ist hier passiert? Keine Ahnung Ich glaube, es war noch ein Android Noch ein Android? Ja Das sagt zumindest keiner Ich hab'n Warten entschieden Hast du vielleicht ne Tablette für mich? Nichts dabei, tut mir leid Ja Du kannst nicht gar nicht... Verzeihung, Lieutenant Könnten Sie mal herkommen? Was gefunden? Vielleicht Können Sie diese Tracy mieten? Verdammt einmal, Connor Wir haben Besseres zu tun Bitte, Lieutenant Vertrauen Sie mir Ja, ja Hallo 30 Minuten kosten 29,99 Bitte bestätigen Sie den Kauf Macht auf der Spesenabrechnung aber keinen guten Eindruck Sie sind die Karte bestätigt Ich bin klar, wünscht Ihnen eine Ableitung Bitte schön Schön, Sie kennenzulernen Folgen Sie mir Ich bringe Sie in Ihr Zimmer Okay, und was jetzt? Oh, Scheiße Was zur Hölle Maske Schön! Oh, Vivian! Oh, ich bin... ... Soh! Sie hat etwas gesehen. Und worauf willst du damit hinaus? Der Abweichler verließ den Raum. Eine blauhaarige Tracy. Die Speicher der Club-Androiden werden alle zwei Stunden gelöscht. Uns bleiben nur Minuten, um noch einen Zeugen zu finden. Hey, und was soll ich mit dir jetzt? Probieren wir den hier. Und auf den Blick bringt's das. Er sah die blauhaarige Tracy. Ich weiß, wo sie hin ist. Dann hinterher. Hier sind überall Androiden, verdammt. Wie willst du herausfinden? Wie willst du herausfinden? Nein, ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Wie willst du herausfinden? Wie willst du herausfinden? Wie willst du herausfinden? Nein, ich habe die Spur verloren. Nein, ich habe die Spur verloren. Die ganze Kohle und ich habe immer noch keinen Spaß damit gehabt. Ich habe die Spur verloren. Die blauhaarige Tracy kam hier nicht vorbei. Ich habe die Spur verloren. 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 Warte. Ich übernehme das jetzt. Scheiße, wir sind zu spät. Ich bin 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 zu spät. Mein Gott. Mein Gott. Ich bin zu spät.